hallo und herzlich willkommen zu diesem gewinnspiel und zwar habt ihr euch gewünscht oder stand zur auswahl music makers 80er edition wie das genau funktioniert erkläre ich gleich wichtig ist dass ihr wisst ihr müsst vorher das programm installieren bevor überhaupt was losgeht das programm selber ist und natürlich zum download verlinkt das heißt jeder kann sich die testversion erst mal installieren das müsstet ihr vielleicht jetzt auch zuerst gleich machen andere aktivierungsmöglichkeit gibt es meines wissens nicht wenn ihr das installiert dann nach der installation startet ihr dieses programm das programm ist auch nicht groß also man braucht da nicht irgendwie fünf gigabyte am platz oder so keine sorge der download ist auch winzig klein und die installation da zieht er sich noch ein paar sachen runter aber es ist echt überschaubar also wie gesagt ihr werdet da keine ich glaube dass es nicht mal zwei gigabyte hat die sollte man immer aufbringen können das heißt ihr ladet euch das unten von den link der unten in der video beschreibung ist runter installiert ist dann startet ihr es dann könnt ihr es aktivieren alternativ kann man es glaube ich auch als demo nutzen und beim aktivieren gibt ihr die seriennummer ein und dann müsst ihr euch da registrieren wenn die seriennummer genommen wurde das ist ganz wichtig wie das jetzt genau funktioniert ich kann es nicht testen gerade ich habe das schon lange wie das jetzt ging ich weiß es nicht mehr ich habe noch eine englische anleitung zu diesen key die packe ich in den download ordner mit rein das heißt da findet ihr noch mal instructions und ja ich wäre sehr dankbar wenn der oder die gewinnerin ich sage immer der oder die man sollte die oder der sagen wobei heutzutage hey gleichberechtigung alle sollen gleich behandelt werden ja auch schreibt wenn es geklappt hat ich kann leider keinen support geben da das problem ist ich bin nicht am rechner ich bin nicht live dabei und ich kann euch da auch nur sehr sehr bedingt helfen also der key funktioniert hundertprozentig das ist nicht das problem denn ja das ist ein ganz offizieller key und wie gesagt wie das dann funktioniert ich tue da eine englische anleitung nochmal rein es ist mit bildchen das heißt da braucht man keine sorgen haben und ansonsten die texte sind halt ein bisschen in englisch aber mit den bildern ist das eigentlich selbsterklärend ja und dann wünsche ich der person die das gewinnt sehr viel spaß damit wie gesagt ich tue die anleitung da rein ich versuche die ich hoffe ich denke daran dann mache ich die in html dann kann die jeder öffnen wenn ich da ein word dokument mache werden einige schreien ich habe kein word ich versuche ein html dokument damit zu machen ich gucke mal ob ich es hinkriege sollte eigentlich kein problem sein und dann habt ihr da eine html anleitung und folgt der einfach wie gesagt wenn ihr es aktiviert habt und bekommen habt schreibt doch bitte rein sodass ich weiß dass es auch weg ist ansonsten kann man den key halt nochmal raushauen dann mache ich eine video anleitung oder so dazu irgendwann mal ja wäre halt sehr sehr nett von dir gewinnerin oder dir gewinnär gut ich wünsche euch noch einen schönen zweiten weihnachtsfeiertag hoffe dass die letzten beiden tage für euch nach euren vorstellungen verlaufen sind ich halte mich mal ein bisschen kürzer und wie gesagt ich würde mich über kommentar riesig freuen oder überhaupt über kommentare ähm und ja wie immer daumen hoch abo ja was soll ich sagen ihr wisst es ja das ist natürlich immer super motiviert weiterzumachen ähm mit solchen gewinnspielen die kosten ja dann doch auch geld in der anschaffung das sind natürlich alles bezahlte case und nicht welche die von lkw irgendwo gefallen sind die ich aufgesammelt habe auf auf der a6 oder so keine ahnung ähm sondern das sind schon bezahlte case und ähm wäre halt schön wenn die auch ähm aktiviert und genutzt werden und nicht einfach verfallen gut ich ähm wünsche euch noch einen schönen nachmittag genießt diesen hoffentlich für euch freien feiertag ein paar menschen müssen ja leider arbeiten aber die allermeisten haben dann frei und ähm ja mehr bleibt nicht zu sagen gehabt euch wohl euer zelron ciao